Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute will ich mit euch über tierische Produkte sprechen. Ja, was ist das? Das ist alles, was vom Tier kommt. Das sind Leder, Pelze, das ist Fleisch, das sind was immer vom Tier kommt, auch Wolle zum Beispiel, all das. Bei tierischen Produkten haben wir für unsere einheimischen Produzenten und einheimischen Bauern sehr strenge Vorschriften aufgrund des Tierschutzes. Es gibt für die Betriebe Vorschriften, für bäuerliche Betriebe, was Mast und Ähnliches betrifft. Wir haben auch Vorschriften, etwa für Pelze, was darf, was nicht. Wie muss ein Tier gehalten werden, damit man nachher überhaupt tierische Produkte von diesem Tier verwenden darf? Wie muss ein Tier getötet werden? Alles sind Vorschriften für unsere Produzenten. Aber da ist ein großer Haken. Wir machen es nicht so wie etwa auf dem Drogenmarkt. Wenn bei uns etwas verboten ist mit Drogenherstellung, dann verbieten wir auch den Import dieser Drogen. Ist ja eigentlich logisch. Aber bei tierischen Produkten ist es sehr viel anders. Der ganze Dreck, den wir nicht anrichten dürfen, den unsere Produzenten unter Strafandrohung nicht anrichten dürfen, den können wir praktisch importieren. Damit meine ich zum Beispiel die ganzen Pelzkragen von Parkas, die aus irgendwelchen östlichen Ländern importiert werden, wo die Tiere grässlich gequält werden, auf entsetzliche Art getötet werden. Aber bei uns dürfte das niemals so produziert werden. Nur importieren ist doch kein Problem. Das können wir ohne weiteres. So darf es nicht gehen. Wenn wir unseren Produzenten etwas verbieten, dann sollte es auch verboten sein, das Betreffende zu importieren. Da ist eine Gleichstellung erforderlich. Sonst können unsere Produzenten ja sagen, ja, dann produzieren wir doch gleich den Dreck. Warum müsst ihr das alles importieren, wenn euch die Tierquälerei egal ist? Dann können wir das ja auch. Also ich hoffe, dass unsere Produzenten nicht so denken. Aber es stellt sich schon die Frage der Gleichstellung. Und da ist nun der Gesetzgeber, auch der Verfassungsgesetzgeber gefragt. Wir haben eine Kompetenz in der Verfassung. Der Bund regelt den Import von Tieren und von tierischen Produkten. Es gibt bereits Vorschriften, völlig klar. Aber die Gleichstellung ist etwas, was Not tut, was aus meiner Sicht erforderlich ist. Eine grundsätzliche Gleichstellung, das nicht in unser Land gebracht wird, was bei uns verboten ist, zu produzieren. Eine entsprechende Initiative ist in Vorbereitung. Das sind Tierschutzorganisationen wie Animal Trust und AAE, die das vorbereiten. Und es ist sehr verdienstlich, dass das kommt. Es gab schon Diskussionen darüber im Parlament. Soll man dann irgendwelche Ausnahmen machen, aus irgendwelchen wesentlichen Gründen? Es ist immer so. Die Verfassung schafft einen Grundsatz. Wenn aus ganz wesentlichen Gründen eine Ausnahme gemacht werden muss, ist das grundsätzlich immer möglich. Aber der Grundsatz der Gleichstellung von ausländischen und inländischen Produzenten durch ein Verbot des Imports von solchen Qualprodukten, das gehört meines Erachtens in die Verfassung. Ich wünsche den Tierschutzorganisationen alles Gute beim Aufstarten dieser Initiative. Das ist ein Verbot des Imports.